hallo und ein herzliches willkommen zurück zu einem weiteren neuen let's play wir spielen auf unserem kanal sind zeit ja ich weiß wie wir spielen ist ein gruseliges spiel sein das weiß ich das aber weiß davon nichts also darüber nichts ich habe nur damals gesehen wie bronk die demo gespielt so folgedessen ich habe ich keine ahnung was hier passiert weil die demo war nicht ausschlaggebend war damals nur man ging so durch ein altes haus durch und hier und da und jede quasi so aber wollen wir gucken ob sich das hier ändert bei uns ich hoffe auch dass man englisch aus dieses spiel gut zu spielen gerade hier können wir language einschalten language polska okay auf deutsch kann man aus ich denke mal neues spiel neues glück vor allem überlegen sollte ich mir jetzt mal kass holen so ein mut also mut antrinker quasi für spieler eine gute balance zwischen drehzell action mit lassen dass ich bin ich bin bisschen dumm ja deswegen wie alles begann kapitel 1 okay und zudem ist es doch ein kleiner test ich meine das spiel ist ein bisschen älter eineinhalb jahre alt aber ich will gucken ob mein neuer pc auch das macht denn man wenn ich schneide jetzt gerade tatsächlich im hintergrund drei videos und spiele jetzt mit einer aufnahme es ist spannend oder mal gucken ob das funktioniert dann alles grafisch und ob es ruckelt oder sonstigen scheiß woher woher am i wer am i why why adam adam why are you stalking us is this about adam's work what do you want from us why are you tormenting our family our family no adam no no what have you done to adam oh god war calls for casualty no there is no war we're just we're just a regular family you hear me we just wanted to live our life and you ruined everything we just wanted to live our life and you ruined everything pictures bugs threats and now you're killing me stay away don't they already know about you they've been watching the house they won't let you oh shit no what are you doing what are you doing We're covering Oh je oh je oh, eine woche zuvor Äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich weiß gar nicht ob ich die ganzen tasten belegen tatsächlich genauso hab für obs wie für meinen alten pc ii muss ich mal kurz kurz reinschauen ah ok 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 was macht man immer natürlich for ho prevent Ich weiß es nicht. Ob die Kamera jetzt aus war, Videoaufnahmegerät anzeigen. Ja gut, mal gucken. Wäre natürlich wunderbar, wenn das jetzt gerade geklappt ist. Einmal ein Test noch. Ne, das war es nicht. Okay. Gerade, ich weiß nicht, wo ich den belegt habe. Oh, was schießt das? Wer sagt es für den Rest unserer Leben? Really, Emma? Wir wissen nicht die Zeit oder die Zeit. Sehr lustig. Wir hören nicht genug über die Nukle-Nukle-Nukle-Nukle-Nukle-Nukle. Das ist das, was ich zu sagen. Wenn ich nicht die Kaufe, das Land wäre wie ein Basket von Nukle-Nukle-Mushrooms. Anna, stop es. Aber dann wieder, dieses Schack wird uns nicht mehr auf uns bevor Brezhnev's boys launchen ihre ersten Missiles. Es ist kein Schack. Es ist ein Geschenk von deinen Eltern und du solltest es empfehlen. Schau mal! Oh, es sieht sogar besser als die Fotos. Oh, unsere Sachen haben es hier vor uns gemacht. Und diese lezten Bewerber haben wir nicht sogar auf uns warten. Das ist okay. Wir können es uns selbst bringen. Ja, das bedeutet, dass ich weggehe, wenn du Worte aus dem Schauern bekommst. so zehnjährig gecrasht hab, weil ich gerade beim OBS nebenbei noch geguckt hab. Los geht's! Ich glaube, da kommt der. Ich glaube, da kommt der. Ich glaube, da kommt der. Ah, voll geil. Ich rede und rede, dabei habe ich das Mikrofon nicht eingeschaltet. Also, ähm, jetzt funktioniert das, ne, mit dem Basecamp kurz wegmachen in den Videosequenzen. Ähm, lag daran, weil ich in einer anderen Zähne noch drin gewesen war. Ja, okay. Weil ich die Einschimpfe, die andere Zähne hatte. Eine Fresse sieht das hier schön aus. Und Dinge haben Fabi und ich bei Sephora's gebaut. So. Das sieht richtig, richtig schön aus. Das würde ich so lassen. Das hat so Quintetil. Wow, ich würde hier gerne wohnen. Ah, ja, ja, ja. Ich will jetzt mal gucken. Weißt du, Uschi, da mal warten. Hier läuft man schnell. Der rennt dann schon durch den Garten, oder? Die Grafweg, richtig, ne? Hammer. Ich weiß gar nicht. 2020 kam das Spiel, glaube ich. Wollte mal hinten hier auf diesen... Genau. Romantik pur. Okay. Was ist da halt noch von der Brücke? Wir wollen alles entdecken. Ach, das ist keine Brücke. Das ist nur... Das ist alles unser Grundstück dann, oder was? Haben sie so einen Wasserfall? Oh. Nachbarn. Okay. Ein Stock. Kann ich damit graften. Aften? Wow, die Grafik ist echt beeindruckend. Also hier so mitten Wald dicht an dicht. Das ist sogar noch geiler als The Forest. Ja gut, wenn man sich überlegt, The Forest ist auch echt alt, ne? Aber das ist ja nun eben halt kein Genre. Diese Forest, das ist tatsächlich ein Horrorspiel. Uh, Matschi? Ja, super, danke. Guck mal, mit Kleeblätter. Matschi und Kleeblätter. Alter, guck doch mal die Pfütze an. Ich fahre diese Pfütze einfach an. Und man bleibt da drin auch stecken. Also tatsächlich ist das so. Da geht man auch ein bisschen langsamer. Man rennt nicht so flüssig durch. Warte doch mal. So, dann lass mal Uschi hier dich warten. Was ist das da hinten? Ich weiß nicht, wo die Uschi hier ist. Keine Ahnung. Aber wir gucken uns natürlich jetzt mal um. Ich schwöre, ich würde töten für so ein Haus, ne? Mitten im Wald und dann direkt an so einem Fluss, wo ich denn tatsächlich denn angeln könnte und so einen Scheiß. Was ist das? Wieso kommen wir hier nicht rein? Ah, da hinten ist noch eine Hütte. Ich weiß, Leute, ihr wollt wissen, ihr wollt sehen, wie mir der kalte Schweiß auf der Stirn steht vor Angst und so. Und ihr denkt, verdammte Scheiße, geh jetzt endlich in dieses beschissene Haus rein, denkt ihr euch? Nö. Ah. Ich wollte gesagt, eine Auffahrt. Guck mal, hier flüchten wir dann nachher später. Es gibt keine Zeit für das. Ich habe Arbeit zu tun, zu Hause. Ist ja gut. Er nennt es auf jeden Fall schon mal zu Hause. Ist auch gut, oder? Das feiere ich, ne? Okay, ich wollte gerade sagen, what the fuck, warum so ein altes Auto? Aber wir haben ja gerade vorhin gesehen, es ist 1979 in diesem Spiel. Huch. Tapp. Zum Aufnahmen anzuhören. Mit Aufnahmegeräten kann Adam Gespräche aufzeichnen und seine Gedanken aktuellen Ereignissen festhalten. Drücke Leertaste, um vorzufahren. Okay, dann tappen wir mal. Arrgh. Rotieren. Ups. Brr, 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 brr. Und jetzt kann ich hier? Nö. Aufnahmegerät. Notizen. Ahem. Nö. Okay. Okay. So. Welche Boxen? Die hier? Wie nehme ich die denn in die Hand? Einfach. Okay, vielleicht machen wir es mit dem Klo auf, ne? Hallo. Schön ist es hier. Wo tun wir die denn hin? Kabel upstairs. Okay. Ich habe gerade gar nicht gelesen. Das ist ein bisschen. Das ist eine Readme-Datei. Ich habe diesen Mist-Kell im Voraus bezahlt. Und natürlich haben sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Kiste auf dem Dachboden zu tragen. Heutzutage kann man einfach niemandem vertrauen. Sehe ich genauso. Zettlesen? Achso. Okay. Um zu kurz zu haben, Simon und Söhne. Vertrag Steven Steven Steven. Übersicht, Leistung, Transport von bla 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 bla. Okay, cool. So. Wie kommen wir hier wieder aus? Nicht mit der Skappe. Rotieren. Rotiere hier so. Undideli. Okay. Uweelen. Okay, super. Schweinerei, ha? Wie alt das Haus sein mag, ne? 1979. Das Haus sieht... Letztes abends. Ist die. Upsi, pupsi. Was soll ich die denn nennen? Kann ich die hier oben auch noch hier? Ja. Okay. Ja. Hier. Hier finde ich das. Ja. Das ist perfekt. So wie die rumfliegen, ist da glaube ich gar nichts drin. Was ist denn der hässlich? Ja. Echt zu grande. Kitchen. Wo ist denn die Kitchen? Also müsste hier noch irgendwo ein Gefängnis sein, ne? Ja, ich weiß. Wo ist die Küche? Wo ist die Küche? Die Küche ist so angelehnt, aber ich kann da nicht einmal vorstellen. Große. Vielleicht war da noch Lackton noch. Alter Penner da. Sieht noch ganz schön müllig hier aus, ne? Guck mal, die Wasserpläne. Hey, die Tür auch. Ups, da war nicht kein... Ich mag keine geschlossenen Türen. Oder Treppe, was da heißt. Geller wahrscheinlich. Ja. Nicht. Was macht die denn da? Staub saugt. Du. Ähm. Staub saugt die da gerade? Hör mal, der verraten die. Das ist ja riesig. Vielleicht hier. Ich komm mir nicht her. Ich kann nicht in den Atticke, ohne einen Polhack. Ohne Haken. Gibt's denn einen Haken? Ach, da sollen ja auch die ganzen Kartons hin, ne? Ich hab grad einen Haken. Ja, super. Zieh, Junge. Zieh. Gleich. Ba-ba-ba-ba-bam, komm die Treppe darunter. So wie so ein witziger Film. Nein! Was? Du musst mich schuldigen. Fuck. Hallo, die Baby hört alles. Auch in der Wund. So, wir werden einen großen Agenten machen. Just like Dad. Hör, ich kann nicht in den Atik, ohne einen Kuss. Check die Dining-Rum. Es sollte in einem Drawer sein. Okay. Wo haben wir denn Dining-Rum? Das ist unser Dining-Rum. Das ist unser Dining-Rum. So wie wenn es ein Drawer war. Die Kuss könnte in einem der Drawer sein. Werfen. Wir schauen uns einmal an. So. Äh, ich sollte es auch einmal lesen, um Emma und ihr besser zu verstehen. Ach, irgendwie so ein Schwangerschaftsscheiß, ne? Amanda Kruger. Es ist kein Albtraum, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Schwangerschaftsratgeber einer Frau mit Köpfchen. Oh, schön. Okay. Kann ich das nicht irgendwie... Als... Okay. Wir rotieren jetzt einfach mal rum. Oh. Bestseller des Jahres 1978. Bereits 5 Millionen Exemplare verkauft. Oh. Ist doch 500.000. in der amerikanischen Bibel rund um das Thema Schwangerschaft von werdenden Müttern und Vätern gleichermaßen geliebt. Okay, schön. Das, ähm, erfreut mein Herz aufs Wärmstes. Okay. Okay, jetzt haben wir ja alles gelesen. Ja, dann zurück. Schmeiß das. Ja. Wumms. Nope. Nothing in here. Aber topmodell, die sind ja hier. Oh. Ich kann es nicht finden in der Dining Room. Oh. Sorry. Ich glaube, ich habe es nicht vom Trunk bekommen. Ah. Nicht dein Ernst? Ist das wild, dass ich hier alles mache? Doch. Oh, mal beschlossen. Ich glaube, ich habe es nicht vom Trunk bekommen. Wow. Okay, da sind noch mehr Kartons. Die sollten wahrscheinlich, glaube ich... Wo ist dieses... Hitzer? Haben die hier kein Handschuhfach, oder? Kühlbox. Können wir uns da reinsetzen ins Auto? Ich verstehe hier. Wo soll man hier denn bitte was reinpacken? Das geht nicht. Ich ja... Otto? Also ich finde hier nichts, ne? Also gut, lass mal hier einfach... Ach, guck mal! Mist. Scheiße. Es geht noch weiter nach oben. Aufnahmegerät. Was soll ich denn machen? Emma, Liebling, geht nicht einfach so da rum. Die Kartons werden sich nicht von der Leinheit halten. Erinnert mich, sollten die Kartons nochmal auf dem Dachbund tütschen. Genau. Die Kartons sind, ich glaube, die Farbe findet. Entschuldige, ich schätze, ich bin Kofferung. Okay. Das sind die Notizen, die letzten. Was zum Teufel ist das? Ein Engel. Er sieht aus, als ob er schläft. Doch er könnte genauso gut tot sein. Armer Kerl. Das Leben hat es mit ihm nicht gut gemeint. Wie lange er wohl hier gelegen hat? Wahrscheinlich schon ein ganzes Jahrhundert. Rotieren, um versteckte Botschaft zu finden. Okay. Versteckte Botschaft. Beine sind abgebrochen. Jemand muss ihn ziemlich hart gegen etwas geschlagen haben. Moment mal. Ist das Blut oder Farbe? Blut oder Farbe? Und ich scheiße. So. Sollten den Scheiß hier... Warten mal. Sollten... Gibt es hier einen Tisch denn? Ah, hier sollten die ganzen Kartons hin. Okay. Was ist denn das? Rotieren. Gut, dass man das alles werfen kann. Wenn wir wieder einfach anstieg weglegen. Das ist alles Schnaps. Oh. Ich mache erst mal Unordnung. Wir sollten hier bestimmt Ordnung machen. Nein. Diese Brechstänge könnte sich noch als nützlich erweisen. Das finde ich gut. Hoch mit dir. Kann ich crouchen? Nee. Axt. Damit beginnt der Horror. Ich habe jetzt eine Axt. Mutti, komm mal her. Wie war das doch mit dem Schlüssel? Er war in der Kommode. Das ist nur ein perfektes Ort für diese Axt. Oh. Ja, alles klar soweit. Okay. Einfach griffbereit. Als ein Einbrecher. Echt die Axt? Was ist denn das? Meine Mutter hat ihre Kindheit hier verbracht, jedoch nie viel über diese Zeit geredet. Ich bin froh, dass sie der Meinung ist, dass Emma und ich diesen Ort zu Hause machen sollten. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, in der heutigen Zeit ein Kind in Boston groß ist. Nein, das geht gar nicht. Also eine Großstadt auf gar keinen Fall. Ja. Zum Glück kann ich nun von zu Hause aus arbeiten und muss das ja nicht mehr. Ja, schön. Geht nicht. Ohne, ich gehe doch andersrum. Was ist denn das? Gut, werfen wir das Scheißding weg. Zurück. Geh. So, dann ab. Lass uns mal, sonst wird Mutti hier sauer noch. Sollten die Kartons aus noch. So, hochding oder die Kartons. Ich glaube, das sind viel mehr wichtige Sachen, die wir hier so haben, ne? Kartons aus. Wobei da Kitchen draufsteht. Vielleicht sind da ja so Weihnachtstie-Kurse hier drin, oder? Ich glaube, da haben wir Mutti doch mitbekommen, ja? Jetzt sollen wir gleich auf dem Dachboden die Farbe finden, oder? Da sollen wir nochmal die Kartons aus dem Auto auch nochmal da. Einfach mal alles auf dem Dachboden. Da ist es, ne? Da. Da. Oh, gut. Nichts. Kann ich noch greifen. Kann ich nicht mal ausgaben, Dicke. Ja, mach zu. Zu. Oktoberding. Was geschafft. Was geschafft. Was geschafft. Das muss da liegen, weil bestimmt irgendwas im Weg ist. Ach, guck mal hier. Das ist auch was im Weg. Farben sollen hier oben auf dem Dachboden sein. Bis jetzt hab ich nur Schnappes hier oben. Hier, Farbtopf. Ja, aber sowas von dammit. Was ist das? Oh. Ein leiser Plank. Someone's hidden something under the floor. Mann, Junge. Mach das Ding doch auf. Mit Platz hab ich auch nicht auf dem Schreibtisch, wie ich hier im Knie... Ich fahre. Geht so aus. Versetzen. Halt. Halt. What could it be? A treasure? Hope it's not great-grandpa's porn mags. Haha, die hat nicht so gebaut, da oben. Können wir die wieder mitnehmen? Werfen. Scheiße. Alles kaputt hier auf dem Dachboden, da. Das ist schon schade. Ich muss die Cipher brechen, um die Box zu öffnen. Haben wir da schon mal irgendwie einen Hinweis drauf gekriegt, irgendwie auf diese Box? Ein Auszug aus dem Kommentar zu Gallischen Krieg von Julius Cäsar. Ich erinnere mich, Texte im Parteienunterricht gelesen zu haben. Einige Buchstaben sehen anders aus als der Rest. Rotieren, um die versteckte Botschaft zu finden. Ich sehe doch hier. M-H-P-A-O. Ich? Ich? Ha! Ich muss ein Gott-Damm-C-Breaker sein. Warte, ist das nicht, was ich für ein Leben mache? Gott gleich C. Ah. Ich verstehe es nicht. Ach so. Gott gleich C zum Beispiel, genau. Beispiel Dings. Also, das heißt... Warte mal. Wom geht es denn jetzt eigentlich? Was war das? Totwort. Versucht es mir, dass es dir einen Gegenstand zusätzliche Aktionen durchzuführen. Können wir den Brief aber nochmal lesen? Damit, ich habe nämlich gerade vergessen, wie das jetzt war. Hier kommen wir gar nicht mehr raus, ne? Okay. Hier steht aber jetzt C gleich... Da vielleicht... Was ist denn was? Okay. Und was brauche ich denn jetzt dafür? Das ist ja unendlich groß. Das heißt... Ja, ja. Warte mal. Kann ich mir das Ding nochmal angucken, den Brief denn? Wenn J equals C, dann based on the letter, der erste Charakter in der Cypher sollte sein. Kannst du mir mal einen Stift geben? Dann stellt sich mir die Frage, was wird aber denn... Das ist aber nicht Latein... Nein, das ist... Aber wir brauchen... M... A... D... A... Und O... So, und ob wir dieses Rätsel lösen werden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.